Herzlich willkommen bei der Firma Schlemming. Wir präsentieren Ihnen heute unsere Standlupe der Firma Eschenbach. Diese habe ich hier noch erst einmal verpackt, so wie sie halt ausgeliefert wird. Wir haben hier eine Vergrößerung, eine sechsfache Vergrößerung und einen Durchmesser von circa 5 cm. Das Praktische an dieser Lupe ist, sie ist sehr leicht, also eine Leichtlinse haben wir hier und der Rahmen hier außenrum ist lichtdurchlässig, sodass man keine externe Beleuchtung benötigt, um jetzt zum Beispiel den Untergrund nochmal extra zu behellen. Außerdem haben wir rechts und links Ausschnitte, sodass man auch unter dieser Linse dann arbeiten kann, zum Beispiel mit einer Zählnadel oder Pinzette. Je nach Anwendungsbereich. Ich versuche das jetzt einmal mittels dieser Kamera zu zeigen, wie stark diese Vergrößerung ist, falls dies denn möglich ist. Ja, sieht man so im Groben, bekommt man dann einen Eindruck, wie stark die Vergrößerung ist. Und ich lege da gleich nochmal ein Euro-Stück neben, wie wir es hier haben. Wenn ich es da jetzt einmal runterschiebe, hat man vielleicht einen kleinen Eindruck davon. Ja, aber weiteren Fragen stehen wir natürlich sehr gerne zur Verfügung. Der Artikel ist unterhalb dieses Videos verlinkt. Der Artikel ist unterhalb dieses Videos verlinkt.